Die Titelverteidigerin MyMelody Tritt in der letzten Runde von Nenne den Namen deines Freundes gegen die Herausforderin Kurumi an Es steht drei Unentschieden und MyMelody ist an der Reihe Sei nicht Grün von Neid, aber ich komme aus einer Familie mit nicht nur einem, sondern zwei Drillingen Wer bin ich? Wie fragen wir die Experten? Grün? Ich schätze, das ist unser Freund Oh, Potschi! Ich habe ausgerechnet, dass die logischste Antwort ist Kerobi Ich setze immer auf ChocoCat Also, was hat er gesagt? Die Zeit ist abgelaufen, tut mir leid, der Xido Sam Deine Antwort, MyMelody Ist es? Äh, Kerobi Und das ist richtig Und MyMelody übernimmt die Führung Bist du bereit, Kurumi? Na klar, los geht's Wer sagt immer, ja, lass uns rausgehen und sagt nie, lass uns zu Fuß gehen Denk daran, Bert, deine Antwort kann Kurumi entweder helfen oder schaden Gehen wir zu Fuß, ja? Lass mich nachdenken Laufen in Schneestiefeln Steppschuhen Ähm, Tennisschuhen Turnschuhen Spitzenstiefeln Nicht die Schuhe, Bert Wer trägt die Schuhe? Ah, Mester Mester Okay, weiter geht's mit der Xido Sam Sam Oh, ihr wisst, was dieser Ton bedeutet Der Ton der Gefahr Hey, was ist los? Mach dir keine Sorgen Du machst das so toll, Kurumi Stifte in der Hand Rüe Denk daran, die Antwort zu zeichnen Fährt zwar einmal in der Nähe des Brunnels Los geht's mit dem Zeichnen Achtet darauf, mich mit dem besten Profil zu zeichnen Die Zeit ist abgelaufen, Kurumi, deine Antwort? Okay Das ist, als er Porti im Brunnen baden ließ Mein Melody Das ist, als er mit dem Skateboard über den Springbrunnen gesprungen ist Lasst uns auf den Bildschirm schauen Und bereits nähert sich dem Sprung Er springt und erreicht die Spitze des Springbrunnens Unglaublich Mein Melody, du hast die heutige Folge von Nennen den Namen deines Freundes gewonnen Moment mal, irgendwas stimmt da nicht Wie hast du das Bild so und in Farbe gezeichnet? Außerdem habe ich Batsas letzte Woche gesehen, wie er Porti gebrannt hat Das waren Schwimmestunden, euer Ehren Keine Sorge, Kurumi, du wirst mein Melody nächste Woche herausfordern Das ist, was ich wollte Alles anderes für dich, Kurumi, dafür, dass du so ein gutes Spiel gespielt hast Danke, mein Mel Ah, und das war's für heute Bis nächste Woche bei Nennen den Namen deines Freundes Haha, ein Muffin für dich Einer für dich Und ein Muffin für dich Hallo Freunde Danke, dass ihr Hello Kitty und ihren Freunden bei ihren super coolen Abenteuern folgt Abonniert den Kanal und aktiviert unbedingt die Benachrichtigungen Damit ihr das nächste super coole Abenteuer nicht verpasst Bis bald Bis bald